hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von palia so wir öffnen mal den briefkasten einer hat uns geschrieben sei gegrüßt carla salutations and felicitations fellow and you of the act of fishing would you like to learn more about this also es geht darum dass ich zwischen lernen soll so please find me by the dogs okay so find ihn bei den den dogs if you would not like to learn more please don't come by the lake and i shall not teach you also okay ich jedoch wir treffen einer mal bei den dogs seki sei gegrüßt carla tired of going out hunting or bug catching then having a drug no further fire okay ich kann bei ihm also bei sieg seki kann ich oder bei seki kann ich in erweiterten rucksack quasi kaufen und dass ich mehr im inventar unterbringen kann und jina was hat die sei gegrüßt carla ja ich habe dich getroffen und das ist ja toll oder verrückt aber du bist die einzige person wo ich ja wo ich daran denke dass ich ihr was schreiben sollte oder eine nachricht geben sollte etwas verrücktes ist passiert mit der phoenix mit dem phoenix schreien nothing world also nichts was das ende der welt bedeutet keine sorge aber ich kann deine hilfe gebrauchen falls etwas zeit für mich hast okay so jetzt müssen wir glaube ich erst aber mal gießen dass unser dings wächst unser unser hier unser saatgut sonst können wir ja nichts ernten kam übrigens die frage auf ob man das nur im multiplayer spielen kann oder auch im single player also man kann das hervorragend im single player spielen eigentlich sogar besser als im multiplayer zumindest aktuell habe ich im multiplayer ich kann mit den anderen angeln und ich glaube das war es so ziemlich was was man gemeinsam machen kann es hält sich also in grenzen so die kisten die habe ich habe es gestern also für euch schon ein paar tage her also am montag habe ich mal mit freunden zusammen gespielt ähm halt falsche taste you can't refill your watering can sehr will ich auch gar nicht achso die kann ich nur platzieren und dann ich stelle die mal dahin ich stelle die mal dahin und Okay, jetzt stehen sie da. Na gut. Wir haben ja mit anderen zusammengespielt. Und wie gesagt, man konnte gemeinsam angeln. Das war es dann aber auch so ziemlich. Hielt sich also in überschaubaren Grenzen. Die Quests habe ich jetzt absichtlich nicht gemacht. Da habe ich mir gedacht, das mache ich mit euch zusammen. Hätte ich aber dann auch nur alleine machen können oder machen müssen. Also von dem her. Und ich habe festgestellt, das ist aktuell zumindest noch sehr, sehr unpraktisch gelöst mit dem Zusammenspielen. Und zwar kann ich nur Leute aus der Freundesliste einladen, die, ich gehe mal in die Welt, also die hier in dieser Welt sind. Und wenn man dann hier, gibt es dann noch Gebiete, also Bereiche zu anderen Welten. Also hier to Bahari Bay kann man gehen. Und wenn man dahin geht, also jedes Mitglied, mit dem man zusammenspielt, alle die dann dahin gehen, die sind dann quasi raus. Und man muss sich da drüber dann, da drüben wieder zusammen neu einladen. Das finde ich hochgradig unpraktisch gemacht. Also sobald quasi einer die Grenzen der Map hier verlässt, ist er raus aus der Gruppe und muss erst wieder eingeladen werden. Kann auch nur eingeladen werden, wenn er hier wieder in der Map ist oder halt wenn alle in der anderen Map sind. Ähm, das geht glaube ich besser. Aber wer weiß, was alles noch kommt. Ist ja noch Beta, ist also noch nicht mal Early Access. Ähm, und ist, wenn ihr diese Folge seht, müsste es schon in der Open Beta sein. Also jeder kann das Spiel runterladen. Das ist Free-to-Play. Okay, äh, wird, soweit ich weiß, auf Free-to-Play bleiben. Da ist jemand, mit dem ich reden muss. Und, äh, ja, finanziert sich im Prinzip über In-Game-Käufe. Hi, Aoni. Howdy. Äh, Chat. Sag, hasse er Ihnen nichts davon, aber ich lasse ihn beim Kartenspielen gern mal gewinnen. Er ist so oft von Reed geschlagen worden, dass ich das Gefühl habe, ich muss etwas tun, um ihn aufzumuntern. Okay. Ja, also, wie gesagt, kann man momentan wirklich tatsächlich am besten alleine spielen. Also, der ist noch nicht da, ne? Ist natürlich nichts zum Verkaufen dabei. Ist ja geschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen dabei haben muss, oder ob es reicht, wenn ich die im Inventar habe. Da ist noch einer. Da ist der. Da ist... Das sind alle so weit weg. Dann gehen wir mal da hin. Ja, ansonsten finde ich das Spiel bis jetzt ganz nett gemacht. Wie gesagt, wenn man zum Singleplayer, also als Singleplayer spielt, ähm... Dann, äh... Ist das eine ganz nette, ganz nettes Game. Und ja, müssen wir mal gucken, was alles noch kommen wird. Kann natürlich sein, dass da noch... Oder ich gehe mal davon aus, dass da noch eine ganze, ganze Menge mehr kommt, was den Multiplayer angeht. Hoffe ich zumindest. Du bist einer? Okay. Ja, ich rede mit dir. Du scheinst neu hier zu sein. Es sei denn, ich habe sie schon einmal kennengelernt. In diesem Fall entschuldige ich mich, dass ich sie vergessen habe. Kein Problem. Oft lenkt mich meine Einzigartigkeit so sehr ab, dass ich so etwas wie neue Bekanntschaften überhaupt nicht bemerke. Und in letzter Zeit scheint es hier viele neue Leute zu geben. Was ist diese Einzigartigkeit? Dummer Mensch. Das Eins-Sein ist lediglich das Eins-Sein. Okay. Die Einzigartigkeit kann nicht erlernt werden, indem man den Klang der Luft zuhört. Wie sie sich durch eine Gesichtsöffnung bewegt. Sie muss erlebt werden. Für mich ist dieses Erlebnis eng mit dem Angeln verbunden. Ich habe deinen Brief erhalten. Du musst meine Nachricht zum geliebten Zeitvertreib namens Angeln erhalten haben. Ja. Soweit ich weiß, ist es für den Unterricht üblich, Arbeit zu verlangen, die man von zu Hause aus erledigt. Ich weiß, dass es ein Wort dafür gibt, aber ich kann mich nicht genau daran erinnern. Hier, warum versuchst du es nicht einmal mit dieser Angelroute? Ich werde hier sein, falls du versehentlich hineinfällst. Und es gibt viele Möglichkeiten, Insektenköder zu finden. Okay. Du kannst sie im Laden kaufen, im Wald finden oder sogar auf deine eigene Wurmzucht aufbauen. Ich empfehle dir letzteres, da würde man nicht nur großartige Köder abgeben, sondern auch andere nützliche Verwendungszwecke haben. Du kannst sie als Haustiere halten oder als Kopfbedeckung oder gar als Schmuck tragen. Äh. Jedenfalls tue ich das. Du bist sicher an den Bootstegen angekommen. Das sind die fantastischen Neuigkeiten. Ist dir eigentlich klar, dass der Austausch von Waren stets mit Vorsatz zwischen zwei Parteien abläuft? Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich jetzt einen Laden für Anleitungen habe, in dem wir so einen Austausch abwickeln können. Bitte genieß. Ich weiß nicht, was da noch stand. Ähm. So. Ich kann ihm verkaufen. 100 Gold brauche ich dafür. Herstellungsanleitung Wurmkiste. Was ist denn die Anforderung? Angeln auf Stufe 3 nötig. Okay. Kann hier nicht verkauft werden. Ah. Der? Kann hier auch nicht verkauft werden. Okay. Glühmürmchen. Ja, also wir müssen erstmal angeln lernen. Vielen Dank. Open Store und Chat. Okay, dann müssen wir erstmal angeln. So, das weiß ich zumindest schon mal, wie das geht. Weil das habe ich mit den anderen zusammen schon gemacht. So, muss einfach rechte Maustaste drücken. Auf das Angelsymbol klicken. Und dann mit der, also mit der linken Maustaste auf das Angelsymbol klicken. Dann linke Maustaste gedrückt halten. Je nachdem, wie weiter auswerfen soll. Und jetzt muss ich im Prinzip gucken, dass der Fisch hier in dem grünen bleibt. Und wir haben eine Kiemenflosse. Perfekter Fang. So. Ich habe Angeln Stufe 2. Also ein bisschen müssen wir noch. Fisch kann ich bestimmt auch an den Dude verkaufen, oder? Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Achso, genau. Wenn der Fisch anbeißt, dann muss man die linke Maustaste drücken. Gedrückt halten. Glaube ich. Und halt mit der Maus immer hin und her fahren. Und dann, dass der Fisch da in dem, dem Dings bleibt. Hm, hm, hm. Ja, also mit gedrückter Maustaste rollt man auf. Und muss dann halt den Fisch hier in dem, oder was auch immer das ist. Ein Steuerrad. Schick. Schick, sage ich dann nur. Hm, hm, hm. Müssen wir mal gucken, wenn ich hier in dem grünen da was fische, was dann kommt. Müssen wir mal ein bisschen angeln, bis wir Stufe 3 haben. Eine Kiemenflosse. Gucken wir mal, ob das irgendeine Bedeutung hat, oder ob das halt einfach da ist. Schauen wir mal. Aber wir haben schon, wir nähern uns der Stufe 3. Wir nähern uns der Stufe 3. Noch eine Kiemenflosse, okay. Angeln wir hier mal. Hm, hm, hm. Ist zumindest relativ einfach hier zu angeln. Das ist schon mal sehr angenehm. Perfekter Fang. Ach so, die Meldung, die da beim Angeln immer noch kommt, das ist halt der Hinweis, ich kann, dass ich ohne Köder angele. Ich habe halt keinen. Und, äh, dass man da nicht so die richtig großen Fische kriegen kann. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will einfach angeln. Einfach angeln. Dass wir A was haben, was wir verkaufen können. Dass wir zu Geld kommen. Und, dass wir auch vor allen Dingen hier aufleveln. Ja, wie weit er rauswirft, das hängt davon ab, wie lange ich die linke Maustaste gedrückt halte. Oder wie weit sie rauswirft. Das ist ja eine Sie. Das ist ja die Kala. Also das Spiel macht durchaus Laune. Netter kleiner Zeitvertreib. So, wir haben Angelnstufe 3. Sehr gut. Du hast scheinbar über deine jetzigen Werkzeuge, du bist scheinbar über deine jetzigen Werkzeuge hinausgewachsen und so wie eine Raupe eines Tages ihrem Kokon erwächst. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich neue Rezepte zur Verfügung habe, die besser zu der, ihrer derzeitigen Entwicklungsphase passen. Okay. Herstellungsanleitung. Schwache Angelruten-Haltbarkeits-Booster. Erhöht die Haltbarkeit der Angelrute leicht, wenn du sie ausrüstest. Herstellungsanleitung. Handelsübliche Angelrute. Ich muss aber erstmal was verkaufen. Kann hier nicht verkauft werden. Kann hier nicht verkauft werden. Kann hier auch nicht verkauft werden. Was kauft er denn? Ich habe einen Fisch gefangen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, Sie konnten die gleiche Freude erleben, die ich bei solchen Ereignissen empfinde. Meine Zeit mit den Menschen hat mich jedoch gelehrt, dass lebende Fische für eure Art nur von begrenztem Nutzen sind. Vielleicht ist dies eine angemessene Belohnung für ihre Bemühungen. Ich hoffe, Sie werden diese wunderbare Tätigkeit auch in Zukunft fortsetzen. Wir haben einen gegrillten Fisch bekommen. Sehr gut. Wenn ich in der Zwischenzeit etwas finde, von dem ich glaube, dass es für Sie von Interesse ist, werde ich es Ihnen per Post zukommen lassen. Ich muss mich auf meine Ereignisse fokussieren. Okay. Dann gehen wir jetzt mal zu dem Dude. Der ist ja jetzt... Äh... Ist er jetzt offenbar wach? Ach, das ist zum Schnellreisen. Ah, okay. Schnellreise hat natürlich auch was. Das ist ein Schnellreisepunkt. Was macht er denn da hinten? Dann gehen wir mal nach da hinten. Da ist er. Reden wir mal mit dem jungen Herrn, Aschura. Ich weiß, dass es schwierig ist, sich an einem neuen Ort etwas aufzubauen. Da hast du wirklich großartige Arbeit geleistet. Und ich dachte, ich helfe dir. Ich habe ein paar Anleitungen zu verkaufen, die dir dein Leben etwas erleichtern können. Wahrscheinlich wirst du dir als erstes ein Sägewerk zu legen wollen, um aus dem Holzbretter zu machen. Genau. Brauche ich auch wieder 100 Geld? Kann ich hier Dinge verkaufen? Verbrauchbar. Kann hier nicht verkauft werden. Kann ich hier alles nicht verkaufen. Hm. Okay. Einfache Sägemühle. Ja, die... Schneiden sie sich nicht die Finger da ran ab. Okay. Chat. Ehrlich gesagt, ich angle, um mich zu entspannen. Und um die Fische geht es mir dabei in erster Linie gar nicht. Ich erinnere mich gar nicht mehr daran, wann ich das letzte Mal etwas gefangen habe. So. Nun muss ich mal gucken, wo kann ich hier denn verkaufen? Wo ist denn hier ein Shop? Reparaturstation. Nayo. Esche. Kenjita. Also über meine Verkaufsbox kann ich natürlich verkaufen, ne? Aber ich dachte, hier gäbe es auch Shops. Furniture Store. General Store. Da müssen wir hin. Da muss ich hin. Wo bin ich denn? Hacian hat was für mich. Hä? Wo bin ich? Ach, da oben. Da oben. Dann gucken wir mal, was der Hacian für uns hat. Hier muss ich lang. Da ist er. Ich bin da. Das heißt, geradeaus durch. Und danach geht es zu dem General Store. Jetzt ist er da oben. Hm, hm, hm. Da ist er. Hey, Hacian. Just this once. Carla, nehme ich an. Ja. Tu nicht so überrascht, weil ich deinen Namen kenne. Ich weiß alles, was in diesem Dorf vor sich geht. Auch wenn neue Leute auftauchen. Mein Name ist Hacian. Meine Aufgabe ist es, die natürliche Ordnung der umliegenden Wälder aufrecht zu erhalten. Sei gut zum Tal, dann werden wir uns auch gut verstehen. Aber wenn du die Natur missbrauchst, dann wirst du es mit mir zu tun bekommen. Ich habe deinen Brief verhalten. Mein was? Ach, diese vorformulierten Briefe, die ich für das Rathaus unterschreiben sollte. Meine Mutter ist die Schmiedin der Stadt. Ein schlichter Bogen wie dieser ist leicht zu bekommen. Es dauert Jahre, bis man das richtige Jagen lernt. Fang damit an, mit dem Bogen auf etwas zu zielen. Zum Beispiel auf diese Chappas oder einen Sernuk. Vielleicht gelingt dir das sogar, dein Ziel zu treffen. Ach so, ich kann mit ihm noch chatten. Brauchst du etwas? Da du schon hier bist, kann ich dir genauso gut helfen. Was mir Spaß macht. Ich bin gerne mit meinen Gedanken allein. Ich bin mir selbst meine liebste Gesellschaft. Vielleicht solltest du lernen, dich allein wohler zu fühlen. Ich fühle mich allein sehr wohl. Oh. Okay, mit dem Bogen können wir also jagen. Ich weiß gerade noch nicht, wie das mit diesen Insekten da funktioniert. Also jetzt müssen wir erst mal ein paar Dinge hier verkaufen. General Store. Der ist hier. Da kann ich doch bestimmt dann auch Sachen vertickern, oder? Das ist Möbel. Das sieht nach dem General Store aus. Heiseki. So. Gegenstand verkaufen. Gegenstand verkaufen. Gegenstand verkaufen. Gegenstand verkaufen. Gegenstand verkaufen. So, wir haben schon mal 200 Gold. Das ist gut. Ah, hier kann ich Würmer kaufen. Kostet 10 Gold, ist 5 Gold wert. Und wir können hier Saatgut kaufen. Das ist auch gut. Wächst zu einer Kartoffelpflanze heran. Baumwolle, Tomaten, Weizen. Erhöht die Erntemenge von nahegelegenen Weizen. Das ist natürlich gut. Reis. Erhöht auch die Erntemenge. Sehr gut. Baumwolle. Verbesser die Qualität anderer benachbarter Kulturen. 40 Gold kostet sowas. Uiuiuiuiuiui. Also quasi, wir müssen immer mehr zahlen. Das Doppelte ungefähr zahlen, als wie. Okay. Aber dann können wir jetzt mal unsere... Wo ist der Dude? Ascian? Nee. Äh, hier. Aschura. Da müssen wir hin. Die Richtung muss ich. Ja, in die Richtung müssen wir. Dann laufen wir mal, dass wir den kriegen, dass ich mir dieses Sägewerk kaufen kann. Da hinten läuft er. So, hast du einen schönen Tag? Take care. Also, dann nehmen wir G. Open the Shop. Herstellungseinleitung. Einfache Sägemühle. Die brauchen wir. Sehr gut. Und dann brauche ich noch diesen Steinofen, ne? Esche. Wer bist du? Ein weiterer Mensch. Dieses Dorf wird praktisch überrannt. Du willst doch sicher mit mir über die Beschaffung einer Baugenehmigung reden. Tja, jeder will irgendwas. Ich will diese Kronenjuwelen von Agvindu besitzen. Aber du siehst mich nicht in der Tiara herumstolzieren. Wenn dir jemand ein Händchen halten soll, dann sprich mal an einem begriffsstutzigen Ehemann. Bitte störe mich nur, wenn es eine wichtige Angelegenheit zu besprechen gibt. Warum versuchst du mir Gesellschaft zu leisten? Hältst du mich etwa für eine zerbrechliche alte Dame, in der ich mal allein spazieren gehen kann? Ich halte dich eher für eine Zicke. Okay, dann müssen wir mal heimen. Äh. Da muss ich hin. Ja, damit beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.